Bayern und Sport gehören zusammen, egal ob Handball, Fußball, Volleyball oder in meinem Fall Sport schießen. Die bayerischen Schützen gehören dazu. Sport, Tradition, Tradition, Sport, das ist immer eins. Meine Schwächerin war schon ein, zwei Jahre im Verein. Man sagt, Mensch, geh mal mit, schau dir das an. Und so ging es damals los mit Luftgewehr und dann ging es halt weiter mit Luftpistole. Ich war sofort da, die Liebe zum Sport. Also, was heißt sofort? Aber nach ein paar Wochen habe ich dann gemerkt, am Anfang ist man nie so gut. Das kennt jeder Sportler, der beginnt oder Jugendlicher. Aber nach ein paar Wochen habe ich dann festgestellt, ja, das ist mein Sport. Die Polizei, Polizeisport, die Spitzensportförderung, die Verbände, die hinter dem Sport zu 100 Prozent stehen. Und auch das ganze Umfeld, das ist schon in Bayern ganz, ganz was Besonderes. Die Polizei ist zum Beispiel auf dem Sport und der Fahrrad- und Fahrrad- und Fahrrad- und Fahrrad- und Fahrrad und WTO. Untertitelung des ZDF für funk, 2017